So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Und wir kommen zu Teil 2 von 3 von den Flying Power Energy Drinks. Ich habe in der letzten Folge getestet Flying Power Extreme, da hatten wir zwei Sorten. Das ist jetzt Flying Power Gaming, da haben wir auch zwei Sorten, die wir gleich vorstellen. Und dann gibt es hier noch die Flying Power Extreme Sour, da haben wir drei Sorten, die machen wir aber am Ende dann. Ich werde wieder beide Sorten testen im Berliner Luftgläschen und dann zusammen mischen und auf die dicken Bierglas echsen. Das alles an einem Tag, das heißt ich habe alle drei Teile an einem Tag aufgenommen, alles für die Wissenschaft, obwohl das mega ungesund ist. Wir haben jetzt hier, was ist das überhaupt? Flying Power Gaming, Tropical, das ist die Sorte Tropical, das ist die Charge Gaming, ja. Und hier ist irgendwie, da steht Aldi, also Flying Power ist wohl exklusiv eine Aldi-Marge. Aldi Gaming Energy Drink Tropical. Guckt euch nochmal das Design an, da sind die ganzen Pixel drumherum, das sieht auf jeden Fall sehr bunt aus. Flying Power hier, diese super Friedenstaube. Das andere ist Heidelbeere Akai, ne. Kai der Brecher, Heidelbeere Akai, auch Aldi Gaming. Das müssen wir jetzt mal für Thumbnail auch wieder hier oben reinhalten, weil wir total begeistert sind. Und fangen jetzt mal an direkt mit Tropical. Da ist der Bibus nicht farbig, das haben die bei dem anderen extra farbig gemacht, das sah richtig schön aus. Hier ist der Bibus, einfach ganz normal Silber. So, wenigstens der Energy Drink an sich hat eine Farbe. Tropical, ganz tropisch hier, richtig zart, orange oder wie auch immer. Riecht auf jeden Fall wieder mega süß, riecht schon wieder wie so eine Brause-Tablette von, äh, diese Multivitamin-Brause-Tabletten, die ihr aus so einem Röhrchen kriegt und euch macht und dann denkt, ih, ist das räudig. So riecht das gerade. Und so schmeckt es auch gerade. Ach, der ganze Mund ist schon Wund inne drin. So viel Säure immerzu, Kohlensäure, scharfe Säure, scharfe Sachen, saure Sachen, extrem Sachen, extrem sauer Sachen. Selbst Gaming ist einfach nur total, er brennt mir einfach alles weg. Wir reden nicht viel, wir kommen direkt mal zur Heidelbeere Acai. Auch wieder normaler Bibus. Das ist bei den anderen hier, die anderen Sorten, die extrem sauer, die haben wieder einen farbigen Bibus und sogar einen schwarzen Hintergrund. Aber die drei kommen ja erst in Folge 3. Die werde ich auch heute noch aufnehmen. So, ich muss nämlich morgen fit und wach sein, deswegen pumpe ich mir heute sieben Dinger von Flying Power rein. Das hat Sinn. Das hat eine übelst geniale Farbe. Heidelbeere Acai, guckt euch mal an. Dieses kräftige, rötlich-lilane, lilane-rot riecht. Riecht wie Emoykal-Husten-Bonbons. Original. Nicht wie Brause-Tabletten. Aber die haben ja eigentlich, das ist eigentlich Kirsch, oder? Diese Emoykal-Bonbons mit dem Kinn drauf, das ist so eigentlich Kirschgeschmack. Das riecht voll ähnlich. Ist aber Heidelbeer. Wir probieren mal das. Ja, das schmeckt mir Emoykal auch besser, sage ich mal dazu. Adi, Schatz. Adi, nein. Oha. Da fliegt gleich der ganze Stuhl auseinander. Das ist mal die Testmütze aufsetzen, das ist wichtig. Hat trotzdem irgendwie voll den wässrigen Geschmack. Also das riecht viel besser und intensiver, als es im Endeffekt dann schmeckt. Du erwartest viel, dann kommt da kaum was hinterher. Deswegen bist du schon wieder enttäuscht am Ende. Wir hauen trotzdem mal beide zusammen jetzt hier rein. Gucken uns das an, wie es harmoniert, wenn wir beides zusammen mischen. Also ich muss sagen, die Gaming-Sotten haben mich, weiß ich nicht, haben mich gar nicht überzeugt. Bei den anderen zwei ersten, die wir hatten, fand ich sogar irgendwie noch besser. Fast normal. Gaming-Sotten, interessant. Die Dosen sehen richtig cool aus. Aber der Inhalt, ne. Das ist, ist wahrscheinlich Aldi. Aldi eigentlich ganz cool, weil das ist viel zu wenig. Wir brauchen noch mehr. Wir müssen wenigstens, bis das Bild bedeckt ist. So, jetzt. Flying Power Gaming. Ich glaube, das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Wenn ihr das auch schon mal getestet habt, schreibt es mal rein. Kennt ihr die Flying Power-Sorten überhaupt? Gibt es noch andere? Außer Extreme. Außer Extreme Sauer und außer Gaming. Gibt es vielleicht einfach Classic oder ganz normal. Ich habe die gesehen. Alle auf einem Haufen hin und her. Das war es jetzt. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Das würde ich nicht noch mal kaufen. Einmal reicht. Sieht cool aus. Cooles Design, muss ich sagen. Auch das Vieh da drauf. Die Tauben, die rumfliegt. Aber geschmacklich. Das ist alles nix. Erstmal strecken, weil es so schön ist. Was hat zusammen jetzt aber gemundet wieder? Ich verstehe dies nicht. Bei den ganz normalen Extremsorten beide zusammen richtig ekelhaft. Also überhaupt gar nicht. Die schmecken zusammen irgendwie trotzdem gut. Einzelne aber nicht. Die anderen Einzelnen, ja okay. Zusammen aber gar nicht. Also ihr müsst immer testen. Schüttet alles zusammen, was ihr habt, ja. Ich sage noch wie in der Würstchen mit Apfelmus. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.